Stelle dich aufrecht mit nackten Füßen auf den Boden oder eine Yogamatte. Gib deine Füße etwas schulterbreit auseinander. Die Außenkanten der Füße sind parallel zueinander, sodass die Zehen gerade nach vorne zeigen. Richte dich ganz gerade auf. Schließe deine Augen. Und atme tief durch die Nase in den Bauch ein und aus. Tief in den Bauch ein. Tief und gleichmäßig wieder aus. Beuge deinen Oberkörper nun mit geradem Rücken nach vorne und stütz dich mit deinen Händen auf den Oberschenkeln ab. Atme tief durch die Nase in den Bauch ein und atme vollständig durch den Mund wieder aus. Halte nach dem Ausatmen die Luft an und zieh deinen Bauch so weit wie möglich nach innen und oben. Und bewege die Bauchdecke dann ganz schnell hin und her von innen nach außen, während du die Luft anhältst. Atme dann wieder ein und richte dich mit dem Einatmen gerade nach oben auf. Atme frische und reine Energie in deinen Nabelchakra und gib diese Energie mit dem Ausatmen wieder an das Universum zurück. Du nimmst Energie und du gibst Energie. Lass dein Nabelchakra dabei ganz weit werden. Lass die Energie ein- und ausströmen und spüre, wie sich dein Nabelchakra öffnet und aktiviert. Beuge dich nun wieder nach vorne, stütz dich ab und halte den Atem nach dem Ausatmen ein und bewege dann schnell die Bauchdecke von innen nach außen und umgekehrt. Richte dich dann einatmend wieder auf und atme ganz gezielt in dein Nabelchakra ein und aus. Stell dir eine hell leuchtende Sonne in deinem Bauchraum vor. Und wiederhole diese ganze Übung in deinem eigenen Tempo noch ein bis zweimal. Richte dich dann ein bis zweimal. Richte dich dann ein bis zweimal. Richte dich einatmend wieder auf, falls du dies noch nicht getan hast. Atme tief in den Bauch ein und aus. Spüre nach, wie sich dein Nabelschakra anfühlt und empfange alle Bilder, Eindrücke und Gefühle, die es dir zukommen lassen möchte und sei einfach nur beobachte. Atme tief in den Bauch ein und aus. Atme tief in den Bauch ein und aus. Auf den Boden oder ein Meditationskissen. Nimm dir Zeit, dich in eine bequeme Position einzufinden. Sitze aufrecht, aber entspannt, sodass die Energien auch ganz entspannt fließen können. Atme weiterhin tief in den Bauch ein und aus. Verschränke die Finger deiner Hände ineinander und lege sie mit den Antinnenflächen auf deinen Bauch. Die kleinen Finger ruhen dabei auf deinem Bauchnabel. Stell dir nun vor, wie mit jedem Ausatmen lange energetische Wurzeln aus deinem Becken in den Boden wachsen und du mit jedem Einatmen die kraftvolle Energie von Mutter Erde aufnimmst. Spüre die Kraft und den Halt, den du aus dieser Verbindung aufnimmst. Spüre ein tiefes Gefühl von Vertrauen und Verbundenheit in dir. Atme tief. Atme tief und ruhig durch die Nase in den Bauch ein und durch den Mund wieder aus. Atme weißes, ursprüngliches Licht ein, das durch dein Wurzelchakra und dein Sakralchakra in dein Nabelschakra fließt und dein Nabelschakra zum Strahlen bringt, wie eine warme, gelbe, hell leuchtende Sonne. Mit jedem Atemzug strahlt die Sonne in deinem Bauch heller und wärmer. Wiederhole mit jedem Ausatmen das Bicha Mantra. Und lass immer... Und lass immer mehr los. Und lass immer mehr los. Mit jedem surtout. ** Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Atme nun wieder ruhig und gleichmäßig durch die Nase in den Bauch ein und aus. Wiederhole die folgenden Affirmationen, die ich dir nenne und lass sie auf dich wirken. Ich schenke mir und anderen Liebe und Mitgefühl. Ich bin ein wunderbares Wesen. Ich vertraue meinen Gefühlen und meiner Spontanität. Ich weiß, was ich will. Ich setze meinen Willen um. Ich bin voller Tatendrang. Ich bin zufrieden mit mir. Ich bin zufrieden mit mir. Und atme weiter ruhig und gleichmäßig in den Bauch ein und aus. Spüre die Bewegungen deiner Bauchdecke, die sich beim Einatmen ausdehnt und beim Ausatmen wieder zusammenzieht. Spüre, wie dein Atem beim Atmen von der Kehle hinunter zum Bauch fließt. Und beim Ausatmen vom Bauch wieder zurück zur Kehle. Spüre, wie die Energie entgegengesetzt fließt. Sie fließt beim Einatmen vom Bauch hoch zur Kehle und beim Ausatmen von der Kehle hinunter in den Bauch. Einatmen vom Nabelchakra zum Kehlchakra. Ausatmen vom Kehlchakra zum Nabelchakra. Ausatmen vom Kehlchakra zum Nabelchakra. Ausatmen vom Kehlchakra. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Behalte das Gefühl angenehmer Wärme im Bauch bei, während du wieder ganz langsam in dein Tagesbewusstsein zurückkommst. Lege deine Hände nun auf deine Herzgegend ab und danke Mutter Erde und dem ganzen Universum für das Licht und die Liebe, die sie dir spenden. Danke dir selbst dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Meditation zu machen. Vertiefe nun wieder deinen Atem und verteile frische Energie in deinem ganzen Körper. Spüre in deine Hände und Füße und beginne sie langsam und achtsam zu bewegen. Bewege auch deine Arme und Beine und spüre, wie Körper und Geist immer wacher werden. Lass die Bewegungen immer größer werden. Streck dich weit nach vorne und nach oben. Und tu all das, was dein Körper jetzt braucht. Und wenn du so weit bist, dann öffne langsam deine Augen. Dr. Vielen Dank.